Hey hoho liebe Community von Rubino ähm ich war hier beziehungsweise ich bin immer noch ganz gechillt am Farm ein bisschen Musik gehört und so und da kommt einfach dieser Typ hier namens du Huren und klaut mir ein Metin wird ein neues Report Video wie ihr seht haut er wieder mal nicht und steht neben Metin und der Metin geht down ja also es ist jetzt mittlerweile das fünfte Video ähm ich glaub boah ich weiß gar nicht ich weiß nicht ob schon jemand gebannt wurde von denen die ich jetzt reportet hab aber ist jetzt auch gar nicht so wichtig ich mach auf jeden Fall weiter mit dem hier weil ich find's einfach unverandern gegenüber die nicht botten und sowas muss einfach nicht sein ja du Huren heißt der Gute hier ähm ich werd das Video natürlich gleich wieder hochladen und ich würd mal sagen verabschied mich wieder an diese Stelle und wir sehen uns beim nächsten Report Video und wir sehen uns beim nächsten Mal